Hallihallo Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es für euch ein Super Mario Bros. Wunders Best of. Ja, ich habe aus allen Folgen, zumindest versucht aus allen Folgen, versucht für euch die lustigsten, spannendsten und einfach nur chaotischsten Momente rauszusuchen. Und da ist schon einiges zusammengekommen. Ich will an der Stelle übrigens nochmal anmerken, dass es von Folge 1 bis zur letzten Folge alles ist. Nicht jede Folge hatte leider Best of Material, kann ich an der Stelle erwähnen. Aber ich gucke, dass ich für euch extra oben in den Ecken immer gucke, dass ich für euch einblende, um welche Folge es sich handelt, zum einen. Und zum anderen möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass ich so bis Folge 15 ungefähr, beziehungsweise Folge 14, das Spiel noch im Koop gespielt hatte. Und danach gab es ja technische Probleme, die so extrem waren, dass ich das dann doch im Solo weitergemacht habe. Und zum anderen möchte ich euch auch darauf aufmerksam machen nochmal, dass es immer und immer wieder mal Soundprobleme bei dem Projekt gab, als ich noch mit Sunny im Koop gedannet habe. Und ich muss übrigens anmerken, weil ich habe zu dem Zeitpunkt das ja schon geschnitten, dass das Spiel offenbar wesentlich mehr Best of Material hatte, als ich mit Sunny noch im Koop gedannet habe. Ich weiß, dass das keine Absicht von mir war, dass ich, nachdem Sunny weg war, das Spiel ein bisschen ein ernster Gefühl genommen hatte, aber, ja, ich habe es nicht mal selber gemerkt, dass ich es selber ein bisschen ernster genommen hatte. Es war einfach ein bisschen lustiger, als ich mit Sunny zusammengedattet hatte. Aber das seht ihr ja gleich selber. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Best of gefällt. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde euch jetzt sagen, habt viel Spaß mit dem Best of. Na dann, Sunny, let's go. Auf geht's. Let's go. Ich werde einen Arschbaum auf dir machen. Und wir versuchen immer, diese komischen Münzen mitzunehmen, ne? Kann ich jetzt mit dir interagieren? Warum darf ich dich nicht ärgern? Ach, wie lange haben wir auf so einen Mario gewartet, ne? Ja. Endlich sind wir ein Elefant. Werd nass. Du brauchst die Dusche. Selber. So, was passiert jetzt? Oha? Hui! Äh, ich denke mal, die Dinger da sammeln. Hab sie? Guck mal! Die Röhre bewegt sich. Die sind, glaube ich, im Lalaland. Meine Wundersamen erhalten. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe vorgelesen, was die Blume gesagt hat. Wir halten anscheinend mit dem Elefanten hinten mehr aus als normalerweise. Nein! Nein! Ja! Ich war über dir! Lecker, Bimsen. Oh, lecker. Nein, wir teilen uns die Leben, sehe ich gerade. Hehe. Ich habe den, äh, ich habe das Secret-Exit gefunden. Guck mal, wo ich bin. Ich habe mein neues Zuhause gefunden. Ich habe ihn vernichtet. Ey, guck mal, ich bin die Hintergründe. Aber das ist wieder diese Wunderblube. Aber lass erst mal gucken, vielleicht ist hier hier direkt daneben. Oha, hast du schon eingesammelt. Die letzte Zehnte. Oder man muss all diese Dinger hier einsammeln, damit sie auftaucht. Die singen! Die Viecher singen! Ich weiß, du hörst das nicht. Es tut mir so leid. Aber die Blumen, die singen echt schön. Warum bringen sie sich um, wenn die so schön singen? Ja, willst du? Sie geben Münzen. Geldgeiler Sack. Ich finde, das putzt dich, wie die da auch im Bild hängen. Du hast eine Münze, komm her! Komm her! Scheiß auf alles, erst mal die Münze. Huiiii! Huiiii! Das war kein Anschlag. Doch, was? Und da ist schon wieder einer. Nein! Äh! Was? Habe ich gesagt? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war jetzt schon ein bisschen brutal. Wie die einfach sterb, der Motherfucker. Danke. Dich kriege ich noch. Sag dir, ich kriege dich. Ach komm. Du musst. Ich habe keinen Elefanten mehr. Ja! Ja, ich werde auch nicht mehr. Dich kriege ich. Habe ihn. Ach guck mal, damit macht man einen Wege. Ja komm, du hast keinen Upgrade gerade. Boing! Da ist ein Spielzeug gefunden, ne? Das ist meiner. Das ist meiner. Okay, Schüsse breiten ab. Da rollt was. Das sieht so beknackt aus, ey. Hilfe! 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 Hab ihn! Da kommt was! Ja! Es hat's runtergekickt. Oh shit. Geht! Lauf! Yummy! Sieht uns hier! Ähm. Also jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Jetzt habe ich Genozo raus zu fliegen gesehen. Perfekt. Ich war unter dem begraben. Ich war mal so nett. Wir sind Fire Bros! Oh. Oh. Guck mal, da ist die... Ich hasse die Lexi! Wenn die Lexi habe ich meine Feuerblume jetzt wieder verloren. Ich kann dagegen nichts machen. Pass. Alles gut. Ja, wenn die Lexi bin ich jetzt wieder gestorben. Es ist schön, nicht ihn als Geist zu sehen. So gefällt es mir am meisten. Guck dir mal die Schnecken an. Du hast nichts gesehen. Ich hab wirklich nichts gesehen. Ne, wahrscheinlich müssen wir das wegschieben. Ich bin stärker! I'm better! I'm better! I'm better! I'm better! I'm better! I'm better! Das war's wert! Endlich konnte ich dich behindern! Du hast dich für das Gemeinwohl geobachtet. Genau! Ey! 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 Ich hab sie erst gerade entgegen. Hey! Ich glaube, wir müssen einfach nur überleben. Ne, wir müssen die auch ausschalten. Ach, komm schon. Da oben ist es. Ach, sie ist runtergefallen. Das war der Samen, den wir nicht gefunden hatten. Ja. Das ist die nächste Szene. Das war's wert. Wurf es. Nein, nicht abhauen. Oh. Nein. Du dachtest auch, wie ich, dass er haut jetzt für endgültig ab, ne? Ja. Da oben, da sind sie. Kann ich euch die Rollschuhmopsen? Ich habe meine Mission erfüllt. Ey, was fällt hier ein? Galopteros Stampede. Schwierigkeit 4. Also sehr einfach für uns. Die werden bestimmt nicht sterben. Ich würde die, glaube ich, nicht kaputt machen. Wir brauchen die noch. Warte. Von links oder von rechts? Was ist das für ein beklopptes Level? Nein. Wir bleiben bei der falschen Bütze. Ich denke auch, ja. Alter, wie schnell wir gestorben sind. Oh nein. Ab ihn. Nein. Komm zurück. Auf Gottes Willen. Zum Glück, wir müssen mal einsammeln. Okay, ich verstehe, warum das Level 4 Schwierigkeit 4 hat. Dass du die Sprungtaste nicht gefunden hast. Oh nein. Auch der Lacken Gegner oder was? Scheinbar. Oh, im Gottes Willen, ich kann nicht stehen bleiben. Ich kann nicht stehen bleiben. Ja. Wir waren knapp. So nah und doch, so fern. Ja, irgendwann. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Was? Ähm. Das ist eine sehr gute Frage. Wobei ich es weiß, verantworte ich es dir. Haben sie. Ich glaube, ihr könnt einfach zu mir fliegen. Mein Fertzack geht da weg. Hey. Was bedeutet Jet-Antrieb? Du kannst das Rennen immer mit großer Geschwindigkeit. Rennst du über eine Klippe, kannst du für einen Kurs-Mann sogar in der Luft springen. Okay. Wow. Wow. Ja, ich hab dich abgeschoben. Ich hab dich abgeschoben. Ja. Wie gierig kann man sein, ne? Ja, ja. Nein, bitte schieb mich nicht ab. Ja, genau so ist es mir auch passiert. Oh, im Gottes Willen, ich weiß schon, was wir tun müssen. Den Bouncen wahrscheinlich, ne? Und ich hab ihn aufs Versingen gedreht. Nein, nicht abschieben! Ich wurde abgeschoben. Nein! Na, vielen Dank auch. Du darfst nicht unten sein bei ihm, dann bist du schon tot. egal ob du ja ich weiß weißt du die musik ist so fröhlich hier aber das level ist so schrecklich bleib am leben warum ich lebe noch ich kann halt nicht umdrehen für dich ja alles gut ich drücke gerade nichts funktioniert so weil du oben rechts aufgesprungen ist unangenehm und ich bin tot hängt an dir bruder das war es ihr schwimmen und singen eigentlich habe ich auch was ich wusste ich habe das jetzt was das genau war eigentlich das ding wegkicken ich kann das nicht so ich kann das ding in die ins gesicht kicken sehr gut wollen wir das rausfinden wie es schmeckt der hat gefragt wie wohl mehr wasser schmeckt seitlich das war es mit dem elefanten hast du die blasen einsperren ja und sie werden zu münzen kann ich komm mach geld ja ich lass dich anschaffen es hat die gefressen um so groß zu werden ok anlauf und ich habe auch zu sehen ich wollte die bergen und bin drei gerutscht dass das war man kam hier hoch zu kommen ja aber es ging was ich werde klein hilfe wir sind blöcke ich weiß was das ist wir können die dinger zu stampfen ich habe es gefangen ich habe gezielt aber nicht gut doch ich habe auch den abgrund gezielt glaubst du mir das nein das wird schneller und nein ich muss alleine du schaffst das das wird noch schneller du schaffst das ich glaube an dich nein oh da wäre das ende gewesen aber die mitten haben wir schon mal ja um gottes gönnt ihr die flagge dann wirst du wenigstens groß was war das denn ok durch mit durch mit durch mit durch mit ok die dinger hüpfen und sie tun wie wenn man drauf kommt ja das wäre damit dann geklärt guck mal du kannst sogar so laufen ich habe vergessen ich habe weiter dort unten gehalten während ich gesprungen bin ich habe eine idee hallo ich wurde doppelt geprankt wird der meister etwa zum schüler werden da mochte dich jemand ist da wasser drin nee man sieht da so ein bisschen was hochschwappen da das muss doch die pflanze werfen ja vor dir da ist wasser drin habs zustande sind sie schon ich weiß nicht wovon du redest ich bin nur ein elefant auf der durchreise ich bin es gewohnt ich habe zu machen nicht über ich tue das ding runter aber das war schon immer zu bei barrio okay er sagt doch halte durch ich hab's ich hab's du hast bei mir gerade irgendwie den browser geöffnet der ist eine mumie guck mal da und sie hat einen chefkoch hut auf wenn man das ding greifen ja was machst du dagegen jetzt komme ich mir wie ein fiesweg vor bist du auch stimmt doch gar nicht schau bruder es war es für dich tja bruder dein ende ist nahe ich habe extra zugeschaut na gut hätte eh nichts anderes machen können weil du die kamera hat ist aber auch dann hätte ich zugeschaut wenn ich die hätte die fersengeld sani ach man kann ja auch einfach runter rutschen und schon wenn es in dem loch bleiben müssen wir können natürlich auch einen positiven aspekt sehen da wo ich jetzt alleine bin es gibt niemanden der mir die sicht mopsen kann das war nämlich mega nervig aus bei der sicht habe ich glaube ich hätte eigentlich den cooper dafür nutzen sollen okay ich habe mir jetzt den bohrer noch gegriffen die diga sehen mega lustig aus ich habe sie voll verfehlt guckt euch da dann das ist ein lustiges level das ist auf jeden Fall mega lustiges level aber wo ist jetzt meine letzte zehner wenn es ist war klar dass hier oben das ist in der vollmode schön nein bitte wir sind die abschieben nicht wieder so etwas ich habe davor noch eine posttraumatische belastungsstörung vom letzten mal aber okay ich nehme mir den klimmsprung weiter die hatten die blume weggefressen die ekelhaften sie kommen mama mama hilf mir schaut euch das schreckliche hier nochmal an okay zweimal drauf hüpfen und wenn irgendwas in ihrer laufbahn ist dann wird es weggefressen das ist meiner könig 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 lustig wenn ich die nie angucke dann singen die ich will die eigentlich in Ruhe lassen ich will die singen lassen ja er hat einen wunderschönen gesandt so heißen die dann wahrscheinlich und ja was zum kapschen und ich rechne buch perfekt wenn ich jetzt selber zu einem blog danke so fühle ich mich auch ich überhaupt ohne das ding durchgekommen warte mal das war nicht was ich testen wollte ich wollte auf die andere seite tatsächlich finde ich einen pirouettensprung bisher aber immer noch am besten und ich sehe meinen partner schon kommen ich bin die starke kugel jetzt wird gekegelt die schmeckt mir das tiefste seele ich bin unaufhaltsam hör doch meine gedanken zu lesen wartet kommt mal hier rüber ja kommt doch kommt fordere mich heraus das war mega einfach ich hatte noch zu viel schwung ich habe einen plan in der ersten reihe für papas großes finale im platz ich plan mir das nicht jetzt wenn sie wie groß und böse ich wirklich bin hier kommt mein super mega extra cooles wunder klappt klappt hat sich selber ausgeschaltet ich bin gerade ich bin Ahm! Ein weiterer Königsaum. Er wollte nochmal ausrösten. Er wollte nochmal ausrösten. Jawoll! Was erwartet mich hier? Ein Fiebertraum. Nein! 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 Warum der Dreck? Es ist so doch schon schwer genug. Oh, zum Glück war das nicht der Indikator für die Zehnermünze. Ich warte, bis das nächste kommt. Ich sehe mich halt nicht mal! Ja Leute, das war das Super Mario Bros. Wonders Best of. Ich hoffe ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann! Ciao! 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 Ciao!